Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, es hat mittlerweile zu regnen aufgehört und vor uns befindet sich die legendäre, damals skandalbehaftete Wotroperkirche, hat den Charme eines Bunkers, ist aber architektonisch ein, wie sagt man, sehr gewagtes, mutiges Projekt gewesen und ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestanden sagen, ich bin noch niemals hier gewesen. Also das ist auch für mich das erste Mal sehr, sehr einprägsames, wie kann man sagen, Gesamtkunstwerk Wotroperkirche. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube das war der Hrdlitschker, der galt als Wotroperschüler, dann Czerny war auch noch Wotroperschüler, mit dem hatten wir persönlich ganz guten Kontakt, mit Alfred Czerny, also, ja, interessant, interessant. Das erinnert so ein bisschen an azteken Bauwerke vergangener Jahrhunderte. Gut, das war es von der Wotroperkirche. Das ist das Ende. Hier noch ein kurzer Blick auf Wien. Wotroperkirche. 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 Wotroperkirche.